Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich eine Sparwechselschaltung fachgerecht mit zwei Schaltern und vor allem auch zwei Steckdosen anschließen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Da wir jetzt gleich an einer elektrischen Anlage arbeiten, müssen wir unbedingt einmal die fünf Sicherheitsregeln einhalten, wofür aber spezielle Videos an dieser Stelle auf jeden Fall sinnvoller sind. Und wenn das Ganze dann vom Stromnutz genommen und somit auch spannungsfrei ist, dann schauen wir uns mal noch einen vereinfachten Schaltplan an, wie das Ganze jetzt eigentlich richtig funktioniert. In meinem Fall kommt mit einer dreiatigen Zuleitung, nimm 3x1,5mm² zu unserer ersten Lichtschalter-Steckdosen-Kombination. Von dort aus geht es dann weiter mit einer fünftartigen Leitung direkt zu meiner zweiten Kombination und zum Schluss mit einer dreiatigen Leitung weiter zu meiner Lampe. Den blauen Neutralleiter benötige ich erstmal nur bei meinen Steckdosen, weswegen ich das Ganze auch schon hier mal ganz nach unten ziehe. Anschließend geht es weiter zu meiner zweiten Steckdose. Hier schaut das Ganze natürlich genauso aus und zum Schluss muss der Neutralleiter auch noch bei meiner Lampe hier hinten angeschlossen werden. Der grüngeber Schutzleiter wird jetzt eigentlich auf dieselbe Art und Weise angeschlossen, ebenfalls wieder zu meiner ersten Steckdose runter, anschließend zu meiner zweiten Steckdose und dann auch noch zu meiner Lampe. Der meistbraune Außenleiter wird jetzt nicht wie üblicherweise bei der Eingangsklemme von meinem Wechselschalter angeklemmt, sondern bei einer der zwei Klemme, welche hier mit einem Pfeil gekennzeichnet sind. Von dort aus geht es dann über die zweite Klemme, welche elektrisch mit der ersten verbunden ist, direkt weiter zu meiner ersten Steckdose und dann muss ich das Ganze natürlich auch noch zu meinem zweiten Wechselschalter rüberziehen, ebenfalls wieder auf die entsprechende Klemme geben und anschließend zu meiner zweiten Steckdose runterziehen. Danach habe ich ja hier hinten noch zwei Ausgangsklemmen und die zweite Klemme benötige ich jetzt halt für meinen grauen Außenleiter. Von hier aus gehe ich nämlich hier rüber zu meinem zweiten Wechselschalter, nehme wieder dieselbe Klemme her und anschließend ziehe ich das Ganze noch mit dem braunen Außenleiter direkt weiter zu meiner Lampe. Die Klemme, welche jetzt mit L gekennzeichnet ist, verwende ich für meinen schwarzen Außenleiter. Mit dem gehe ich noch zu meinem zweiten Wechselschalter rüber und auch hier kann ich das Ganze jetzt nämlich noch bei der Klemme L hier richtig anschließen. In der Praxis habe ich jeweils schon zwei Hohlwanddosen fachgerecht gesetzt und auch dementsprechend mit einem Verbindungsstück hier hinten drin miteinander verbunden und auch meine Lampe ist schon dementsprechend angeschlossen. Hierfür habe ich auch schon spezielle Videos gemacht. Das auf der linken Seite ist jetzt meine dreiartige Zuleitung, hier ist meine fünfartige Leitung, welche zwischen den zwei Hohlwanddosen durchgeht und das ganz rechts ist jetzt meine dreiartige Leitung, welche direkt zur Lampe hochgeht. Und jetzt muss ich mal alle Leitungen um circa 20 Zentimeter noch dementsprechend abmanteln. Wenn wir das haben, müssen wir mal den Mantel von unseren Leitungen circa ein Zentimeter noch dementsprechend in die Hohlwanddose beziehungsweise Unterputzdose überstehen lassen. Hat jetzt einfach den Sinn, dass ich auch noch eine dementsprechende Zugentlastung hier habe und danach geht es darum, dass ich mal all meine grün-gelben Schutzleiter und vor allem auch meine blauen Neutralleiter hier durch das Verbindungsstück durchziehe und dass ich sie auch hier unten habe. Auf der anderen Seite natürlich genau dasselbe Spiel und ich habe in meinem Fall jetzt auch noch einen circa 30 Zentimeter freien braunen Außenleiter hier gleich mal durchgezogen, da ich ihn natürlich auch noch benötige. Dasselbe mache ich jetzt natürlich auf der Seite auch noch. Danach lege ich meine Leiter für die Steckdose mal so weit es geht in die Dosen hier hinten hinein und danach kürze ich das Ganze auf dieselbe Länge dementsprechend ab. Hier oben mache ich das Ganze auch so, dass ich circa 10 Zentimeter von jedem Leiter noch übrig habe. Im nächsten Schritt kann ich alle Leiter dann auch schon auf genau 11 Millimeter mal abisolieren, so wie es für meine Steckdose und vor allem auch Lichtschalter-Einsätze passend ist. Da bei mir jetzt alles richtig vorbereitet ist, kann ich mal anfangen, meine Steckdose von unten zu verklemmen. Hierfür muss auf der linken Seite meine beiden blauen Neutralleiter angeklemmt werden, in der Mitte meine zwei grün-gelben Schutzleiter und auf der rechten Seite mein brauner Außenleiter. Die blauen Neutralleiter und die brauen Außenleiter könnte ich in dem Fall übrigens auch vertauschen. Hierfür gibt es für die Belegung einfach noch keine Richtlinie, da das Ganze natürlich auch verkehrt herum funktioniert. Wichtig ist nur, man sollte sich angewöhnen im Haushalt immer dieselbe Belegung zu haben. Ich habe links immer den blauen Neutralleiter, rechts den braunen Außenleiter und wenn das soweit passt, dann kann ich auch schon mal meinen Steckdose-Einsatz hier hinten in die Befestigungsschrauben hineingeben, das Ganze mit einer Wasserwaage oder mit solchen vorgefertigten Dienen dementsprechend ausrichten und dann natürlich auch noch hier oben und vor allem auch unten die dementsprechenden Schrauben festdrehen. Bei meiner zweiten Kombination mache ich natürlich jetzt genau dasselbe. Und kann meinen Einsatz natürlich dementsprechend wieder bei meinen Befestigungsschrauben hineingeben, dann das Ganze entweder mit der Wasserwaage oder mit den Linien ausrichten und natürlich an den Schrauben wieder festdrehen. Wichtig ist, ich habe ja hier jetzt Hohlwanddosen verbaut, weswegen ich auf der linken Seite und auch auf der rechten Seite hier die Schrauben davor schon mal rausgedreht habe und somit auch diese sogenannten Spreizkrallen entfernt habe. Denn diese sind einfach nur zur Befestigung bei Unterputzdosen geeignet. Und bei solchen Hohlwanddosen könnten sie im schlimmsten Fall sogar einen Leiter hier hinten drin beschädigen. Als nächstes habe ich mir noch einen circa 15 cm langen freien braunen Außenleiter besorgt und den kann ich jetzt mit den drei anderen braunen Außenleiter hier in so einer Klemme miteinander verbinden. Wenn auch das passt, die Klemme mal in der Hohlwanddose weit genug hinten verstauen. Natürlich muss diese dafür auch tief genug sein und wir können jetzt mal unseren Schalter hier schon richtig anschließen. In meinem Fall muss ich laut Schalplan bei der Klemme L meinen schwarzen Außenleiter anbringen. Hier unten bei allen der beiden Ausgängen, welche ich mit einem Pfeil gekennzeichne, sind mein grauen Außenleiter und beim anderen kommt dann auch noch der braune Außenleiter drauf. Natürlich muss es um 180 Grad gedreht Richtung meiner Hohlwanddose eingebaut werden. Ich habe es nochmal andersrum angeschlossen, damit man es einfach besser sehen kann und danach auch diesen Einsatz dementsprechend wieder bei meinen Befestigungsschrauben hineingeben, ausrichten und natürlich festdrehen. Die erste Seite ist richtig verdrahtet, deswegen ich auch schon meinen Rahmen mal dementsprechend draufgebe und natürlich auch meine Steckdosenblende unten richtig eindrehe. Danach die Wippe von vorne richtig rum drauf geben, darauf achten, dass es überall schön einklipst und dann kann ich auch schon meine Blende von vorne aufsetzen und die erste Seite ist somit komplett fertig. Bei der zweiten Seite müssen wir uns ebenfalls wieder nur unseren Schalplan mal etwas genauer anschauen. Hier oben bei L kommt mein schwarzer Außenleiter von der Seite drüben drauf, hier unten bei der einen Ausgangsklemmer mal mein brauner Außenleiter von meiner ersten Kombination und auch der braune Außenleiter, welcher jetzt zur Steckdose runtergeht und dann auf der anderen Seite, was ebenfalls mit einem Pfeil gekennzeichnet ist, mal noch mein grauer Außenleiter von der ersten Kombination und dann auch mein brauner Außenleiter, welcher direkt hoch zu meiner Lampe geht. Auch hier passt soweit wieder alles. Ich gebe meinen Einsatz dementsprechend bei meinen Befestigungsschrauben hinein, richte das Ganze wieder aus und kann es auch schon festschrauben. Danach Rahmen wieder aufsetzen und natürlich auch dementsprechend meine Steckdosenblende hier aufbringen, Wippe richtig rum einklipsen, danach die Blende hier vorne wieder aufbringen und jetzt kann ich mal wieder Spannung auf das System drauf geben und überprüfe es natürlich auf Funktionalität. Ich würde sagen, das schaut auf jeden Fall super aus, egal wie ich den Schalter hier oben betätige, das Licht geht immer an bzw. aus und vor allem auch hier unten bei meinen Steckdosen liegt immer 230 Volt an und somit haben wir jetzt auch schon eine Sparwechselschaltung mit zwei solchen Schaltern und natürlich auch Steckdosen fachgerecht angeschlossen. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens eine Lichtschalter-Steckdosen-Kombination oder eins der verwendeten Werkzeuge aus dem Video zulegen möchtest, dann einfach mal unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geöffnet hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.